funke noch vom letzten jahr funke goldsrope das ist eine mit die günstige ungefähr 7 8 euro von funke bereich die geht auf jeden fall sehr schnell ab bin ich gespannt die ist auf jeden fall cool so funke goldsrope wie man funke kennt wie man funke kennt natürlich erste sagen das ist funke qualität at its best hätte pyro raven auf jeden fall auch gesagt sicher alter auf jeden fall man ziemlich ziemlich geil aber du hast leider die falsche und dann nicht so nett weil der endschlag war kam es war trotzdem genial als erstes auch nicht schlimm funke definitiv geile batze ja